recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind folge nummer 16 glaube von shapes.io ja mordrak hatte mir halt geschrieben dass hier am hub diese maschine hier wahrscheinlich total im weg ist die müssten wir mal weg machen ja bin ich auch dafür sollten wir mal drüber nachdenken aber jetzt würde ich jetzt mal gerade sagen wie wir hier auch sehen hier ist das ja alles für morgs hier hier ist doch sowieso was schief gelaufen oder ja und der mordrak hatte mir halt geschrieben dass ich das auch löschen kann so wie ich eine maschine kopieren alles klar damit ich sagen nach dem intro gucken uns das mal an bis gleich so dann schauen wir mal melonenviertel laufen da schon rein ich glaube nicht die müssen wahrscheinlich auch noch machen also das hier kann doch definitiv schon mal alles weg oder und dieses hier das ist der bringer den ich da gebaut habe das ist ja sowas von kompliziert kannst du eigentlich ja komplett abreißen wie der mordrak schon sagte steuerung reich kopieren und ich glaube wir gehen mal bis dahin dann können wir den komplett entfernen weil das war es jetzt nicht und ich glaube wir brauchen das auch nicht unbedingt oder doch vier vier ecke brauchen wir vielleicht aber vielleicht kommen wir später mal zu weil wir haben da auch noch tatsächlich 53,8 drin obwohl wir nur viereinhalb brauchten vielleicht brauchen sie irgendwo anders für ja das ist jetzt hier nicht praktikabel das können wir da schau mal her es ist nicht mehr das band voll das hat der mordrak auch geschrieben dass mit der zeit die bänder dann nicht mehr voll werden ja dann würde ich sagen können wir das auch so machen kann man das jetzt hier so durchziehen dann machte das nicht das bedeutet wir nicht schnippen war das nicht wir brauchen den mülleim wir müssen das teil rechts klicken und weg machen so ist es so und dann wieder rein führen so passt erstmal okay das bedeutet das muss auch optimiert werden wieder da kommen ja nicht genug teile da müssen wir gucken wo es da eine hapert werden vielleicht raus so wie es aussieht liegen hier genug teile noch um weiter zu bauen komm dann machen wir das doch mal gerade ist zwar jetzt händisch und nichts kopiert aber so dann auch ich das ist glaube sogar so richtig und auch wenn wir zurzeit keinen tunnel da brauchen aber weiß wann was erweitern so jetzt flitzen die da auch durch und die blauen sind das problem so wie es aussieht die blauen kommen nicht nach davon ist die farbe da aber die blauen selber sind nicht da oder wie sehe ich das weil wir hier die hälfte rausnehmen das ist unser problem wahrscheinlich ja komm dann brauchen wir dann nicht darüber nachdenken wo ist das nächste blaue hier ist tatsächlich so weit weg aber wir können ja mal erstmal schon mal eins machen und einen dahin machen dann kommen da schon mal fünf Uhr durch weil das sind ja schon da sind ja schon lücken dran und dann würde ich sagen machen wir da gleich sechs davon und so kann ich am weitesten raus so wahrscheinlich nachher und dann noch mal das und und dahin und vielleicht hätte ich es besser da rum aber ist jetzt auch egal ne ist nicht egal komm wir machen es so so zack zack ach so ja jetzt ist egal die paar machen wir gerade so weg obwohl der mordrack geschrieben hat ich kann so machen so hier müssen wir gerade einmal zwischen um das wieder so zu machen so jetzt kommt da ein volles band und da ein volles naja obwohl hier ist auch noch nicht voll wie wir sehen jetzt würde mich interessieren ob das so geht oder geht das nur wenn die direkt aneinander verbunden sind ne es geht auch so oder ne geht nicht so die rutschen die durch schade dann brauchen wir das nicht so machen dann würde ich sagen können wir das aber definitiv so machen dass wir da noch ein mehr hin machen und hier machen wir den da hin und floppen den da so rein jetzt müsste das band auf jeden fall auch da voll sein sieht erstmal gut aus oder also hier ist alles voll aber hier geht es nicht voran das bedeutet rechts sind zu wenig ne die kreise sind schon viele da das bedeutet diese maschine hier muss mehr ausgebaut werden tja wie machen wir das ist ja hier schon das erste problem dann falsch ne dann würde ich mal sagen machen wir das so das war hier schwierig machen das mal so dahin weiß nicht wie wir da gleich bauen können durch und dann fangen wir mal an hier schon mal die maschine passend zu installieren also hier muss ne warte mal 1 2 3 4 1 2 3 also da muss schon einer hin 3 dazwischen immer frei das bedeutet da muss einer hin und da muss einer hin gut na das hat gut geklappt so nochmal das breite weg so da ist der malermeister wir müssen den haben der kommt dahin der kommt dahin dahin und dahin ja so dann muss der ne nicht ausmachen anmachen den holen drehen wir das teil ne war schon richtig da muss er hin das passt erstmal so hier rechts kann das band durchlaufen jetzt sind wir das hier kaputt gemacht gut dann bedeutet das wir gehen sofort hier rüber und können das mal hier entfernen so schnell geradeaus dann läuft sie erstmal wieder oder hier muss noch einer hin hier ist mal tunnel bauen der ist immer von da noch da so passt sonne tunnel läuft durch so dann die farbmaschine ist so richtig ne die muss dahin ok hätten wir vielleicht mal shift-taste drücken sollen so das funktioniert kommen die da jetzt raus ja jetzt machen wir zwei mehr oder oder 33 vielleicht auch da kommt was raus da kommt was raus und da kommt wohl auch was raus ja sieht gut aus ist aber noch nicht voll das band aber schon viel besser das heißt wir müssten noch längere maschine haben naja dann ist das halt so müssen wir mal schauen wie sieht es denn jetzt aus hier das teilt ist jetzt hier gar nicht drin oder wie sehe ich das das ist nur zum kopieren da sieht wohl so aus ne ok es läuft aber erstmal und ja es ist noch nicht top aber es läuft müsste das eigentlich ausschneiden weil darunter setzen und dann mit dem anderen dann noch kommen wie wohl lücken sind denn da wohl drin sind es nur drei teile die da fehlen könnte sein könnte sein ne ich mach das mal hier mit hol das da mal raus zieh das hier rüber zieh das nach da mach das gleiche mal hier das heißt ne zwei felder ne sogar nur ein feld ist dazwischen frei da kommt da durch so der muss dahin der muss dahin richtig ja der kommt dahin der kommt dahin das teil kommt dahin das kommt dahin das kommt dahin das kommt dahin und der kommt dahin und sollte das erste blaue teile rauskommen ja passt so jetzt die ganze sache richtig kopieren das ist jetzt schwierig ich glaube das ist es oder muss das hier unten wieder anbauen oder passt nicht ganz weil wir da noch was ergänzen müssen c ist kopieren ja weil uns fehlen dann tatsächlich hier die fließbänder noch und die fließbänder noch so ist es so jetzt können wir es nochmal kopieren und zwar so oder ne warte mal eigentlich ist es jetzt egal wo ich es kopiere oder ich müsste es jetzt so kopieren ne das ist auch nicht richtig weil es müsste dieses feld noch und das feld noch dazu sein das heißt ich muss es nicht da kopieren sondern ich muss es hier irgendwo kopieren so da muss ich es kopiert haben jetzt müsste es passen oder ne ist auch wieder nicht richtig ist aber schon glaube ich besser ja machen wir so so und so ne irgendwie sieht das jetzt kacke aus ich glaube das war doch nichts geworden hier irgendwas ist hier falsch der tunnel passt noch komm mal weg irgendwo ist da gerade ein denkfehler gewesen das auch die beiden weg weil das muss da rein laufen so ist es ich glaube so passt es erstmal jetzt müssen wir es nochmal kopieren versuchen irgendwas ist da gerade falsch gewesen mit meinem gedanken gang ich glaube so ist es ne und jetzt hier verbinden und dann ist das schon richtig soweit glaube ich glaube so und die fertigen teile müssen wir jetzt irgendwie darüber bringen kriegen wir das mit dem tunnel hier rüber aber wie wir gerade sehen ist dieses band doch jetzt voll oder okay das ist jetzt ein bisserl doof gelaufen weil eben war es nicht voll jetzt ist es voll jetzt staut sich zurück jetzt ist hier der weiße teil nicht richtig du glaubst es doch nicht oder ach ja schwierig 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 geht durch geht durch ne geht nicht durch glaube reicht nicht ne oder ne der schafft es nicht durch ne dann funktioniert das da erstmal nicht das heißt die teile müssen nach unten wenn hin geschafft werden so und da müssen sie rein gebaut werden so wäre es dann richtig ne den kannst du mal weg nehmen und den kannst du auch weg nehmen weil die müssen ja sowieso nur dadurch ja lass mal so kann man später nochmal anders bauen wenn es sein muss so jetzt sind die blauen teile reich halte ich da jetzt fehlt es an den weißen teilen ja so aber ich würde sagen wir machen erst hier wieder ein cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wir es nächstes mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch gerne überhaupt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir das nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ciao